Irgendwas klappert da! So ein Liebes vorbei, es hat mir gefallen. Doch als ich es hatte, habe ich es nicht zu schätzen gewusst. Es wird ein viel Schlimmeres vorbeikommen. Dieses freundliche Vorbei werde ich nicht festhalten können. Ich versuche, nach vorn zu laufen, um das nächste vorüber, den wilden Knochenmann, der unweigerlich kommen wird, noch aufzuhalten, aber ich erwische ihn nicht. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, aber wir hinterlassen gerne jede Art von Spuren und wollen Sie auch zeigen, Sie sollen bleiben, unsere Spuren. Unsere Spuren sind viel größer, schöner, stärker eingeprägt, besser ausgeprägt. Die Menschen sollen meine Genitalien nun sehen und schätzen lernen. Sie sollen sie auch benutzen von mir aus. Die geliebten Menschen sollen dauernd anwesend sein, auch wenn das manchmal unbehaglich ist. Man kann sie ja schließlich nicht immer dabei haben. Sie sind ja schließlich keine Handtaschen, die man schließen könnte. Die geliebten Menschen sind einfach zu schwer. Ich kann jederzeit mit ihm Kontakt aufnehmen. Die geliebten Menschen sind einfach zu schwer.